Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu diesem brandneuen Fortnite-Update. Es ist einiges passiert und ich will mir das heute gemeinsam mit euch angucken. Falls ihr noch keinen Daumen nach oben da gelassen habt, lasst gerne ein Like da, vielleicht schaffen wir drei Stück. Und wir schauen uns heute Tilted Towers an, denn heute ist ein trauriger Tag der Fortnite-Geschichte. Es ist mal wieder so, dass Tilted einfach down ist. Oh mein Gott, aber wie heftig. Ich hab's doch nicht gesehen, ich hab's nur gehört, dass es zerstört sein soll. Oh mein Gott. Aber wie heftig ist es bitte down. Und ich hab ein Laserschwert. Lol. Okay, das müsst ihr auf jeden Fall auch ausprobieren. Mal schauen, wie gut das Laserschwert ist. Da vorne haben wir jemanden. Ein Hit. Nice. Oh nee, der hat auch eine Waffe. Gar nicht gut. Oh mein Gott. Ich hab ihn. Okay, 40 Schaden macht das Laserschwert anscheinend. Gar nicht so schlecht, aber ich muss hier weg, Leute. Ich wollte mir eigentlich Tilted anschauen. Jetzt bin ich so low life. Verdammt, ich brauch Healing. Nice. Okay. Let's go. Ich brauch Healing. Oh nice, da haben wir einen Mad Kid. Ey Leute, krass. Falls ihr irgendwelche News habt zu Fortnite, schreibt mir die unbedingt in die Kommentare rein. Würde mich echt mega interessieren, was so Neues am Start ist und was sich so verändert hat. Auf jeden Fall haben wir einen Laserschwert. Ich glaub, es gibt auch noch eine andere Star Wars Waffe oder sowas. Und ja, wie gesagt, unser heiß geliebtes Tilted ist einfach Ripman. Boah, ist das ein Slurp-Fass hier? Lol, das wusste ich gar nicht. Bam, let's go. Der Panzer fährt auch schon in Tilted rum. Junge, aber der Panzer kann ja jetzt auch nichts mehr ausrichten, weißt du. Ist ja eh schon komplett im Arsch. Yo, what the fuck? Was passiert hier? Da haben wir uns einen Panzerfreund. Oh, da ist jemand drin. Hab ihn. Nice, let's go. Den haben wir weggeholt. Und eine Krone direkt am Start. Irgendjemand fliegt über mir. Ich weiß noch nicht genau, wie gut das Laserschwert ist. Oh, nee, Mann. Als ob er mich hittet. Oh mein Gott. Irgendwo hier ist er. Oh. Nice. Ich weiß nicht, was hier abgeht, Mann. Was sind das für Raketen, die auf mich fliegen? Fortnite, was passiert hier, Mann? Oh mein Gott. Alter, was passiert hier, Mann? Ich glaube, hier ist noch jemand. Okay. Ey, ich hab überlebt. Holy shit, Mann. Ich hab vier Kills. Ich muss hier weg. Das Laserschwert ist nicht schlecht, muss ich sagen, ne? Für Close Range habe ich die Leute gerade schon gut weggeschäppert damit, muss ich ehrlich sagen. Keine Ahnung, wie gut diese Laserwaffe ist. Ich kann mir vorstellen, dass sie wahrscheinlich nicht so gut sein wird. Aber ich geh erstmal kurz hier raus, dass es tiltet. Ich hab echt ein bisschen Schiss, dass ich jetzt hier weggeholt werde. Ja, ist schon wieder einer da oben. Boah, die Laserwaffe wirkt gar nicht gut. Ich hau ab. Mann, diese Nervensäge. Schau, wie er wartet, ne? Der Dreck hier. Boah, schöne Hits. Vielleicht kann ich ihn pushen. No risk, no fun, Leute. Okay. Was machst du jetzt, hä? Nein! Oh! Shit, Mann! Schade. Ja, und so schnell ist man in der zweiten Runde. Wir landen natürlich wieder bei Tilted Towers. Beziehungsweise Ex-Tilted Towers. Mal schauen, ob ich diesmal überlebe. So, wir haben ein gutes Loadout. Dann würde ich sagen, schauen wir doch mal hier hoch. Was hier so abgeht. Oh, da unten fightet jemand gegen den Boss. Nice. Den hab ich. Oh, der hat die neue Waffe. Den nehmen wir safe mit. Den teste ich mal gegen den Boss jetzt. Komm. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hör mir, der Scheiß-Boss ist so strong. Find die neue Waffe gar nicht so gut. Ich weiß nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr die findet. Aber die macht echt wenig Damage, ne? 30er-Hits. Schießt ultra langsam. Man kann nicht rein scopen und so. I don't know. Fühl ich jetzt nicht so. Mal schauen, ob wir hier was abstauben können. Boah, die werden was schon wieder für Schwitzer hier unterwegs sind. Bam. Abgestaubt. Oh man, Leute. Schaut euch, Tilted an. Der Turm auch voll im Arsch, Mann. Es stehen wenigstens noch ein paar Gebäude. Aber vieles ist auch einfach echt kaputt, ne? Lol. Wie lost war er denn? Ich glaube, im Main-Building ist noch jemand. Oh, hier sind Steps. Habe mir kurz den Loot hier. Und dann fliege ich wieder hoch. Let's go. So schnell kann es gehen. Bin ich wieder an meinem Spot. Was? Da kann man rein? Oh mein Gott. Ich muss los. Da kann man reingehen? Ich ziehe durch. Oh mein Gott. Nein. Was ist das für eine verbuggte Kanone, Mann? Vielleicht ist die hier besser. Oh, habe ich ihn gehittet. Oh, ich habe ihn so geschittet. Okay. Bitte, bitte, bitte. Lass mich überleben. Ne, ich bin tot. Ich bin so tot. Bitte was Gutes. Bitte, bitte, bitte. Nice, Flopper. Hey, Freunde. Ich höre es euch. Fortnite ist so versweatet geworden im Normal-Building-Modus. Ich weiß nicht, ob es an Skill-Based-Matchmaking liegt oder so. Weil ich schon viel gezockt habe oder so. Aber ist es bei euch auch so, dass Fortnite so durchgesweatet wird? Das ist wirklich krank, ne? Ohne Scheiß. Ich hätte nicht gedacht, dass ich überlebe. Oh, da war ein Lama, ne? Ein Lama, wenn es abhaut, ist auch neu mit dem Update dazugekommen. Hinterlässt jetzt so ein Rift, wie ihr sehen könnt. Finde ich an sich ein ganz cooles Feature, wenn man das Lama eh nicht braucht oder so. Kann man es einfach wegfliegen lassen. Und dann kann man das Rift einfach usen und damit durchziehen. Zack. Da fliegt jemand. Man kann blocken? Ja, anscheinend kann man mit dem Laserschwert einfach blocken. Oh mein Gott. Der ist so ein Sweater. Ich zieh durch, Bro. Nein. Man kann ja nicht öfter seinen Gleiter aufmachen hier. Junge, ich bin so am Abhauen die ganze Zeit. Ich glaube, ich kassiere noch so eine Schelle gleich. Nice, let's go. Da versteckt sich noch jemand? Oh, okay. Dann nehme ich die mit. Auch wenn ich die Pump nicht so mag und die in der letzten Runde deswegen gestorben sind. Scheiß drauf. Nehme ich die mit. So. Wir gehen hoch. Okay. 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 Ein-Hit. Zwei-Hits. Cracked. Chillig, Bro. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was sind das für Sweater hier? Holy shit, Mann. Was ist aus dem Spiel geworden? Er macht noch den Loser-Dance. Man kann nicht mehr entspanntes Update testen. Was ist das denn? Leute. Ich glaube, ich spiele nur noch No-Build, Alter. Ich bin Fortnite-Renter. Was ist das? Was sind das für Gegner? Ohne Scheiß. Ich spiele nicht mal Arena. Ich spiele normales Solo. Ich check dieses Spiel nicht. Leute. Lasst einen Daumen nach oben da. Nutz den Supporter-Creator-Code fix. Aber. Geiles Update, Fortnite. Danke. baner. 205-Tab��. sugaris. Bis dann.